Nummer 3. Sein offenes Messerdesign eignet sich für alle Obst- und Gemüsesorten, unabhängig von ihrer Form, wie Zucchini, Karotten und Gurken, Kartoffeln, Zwiebeln oder Rüben. Dieses Modell enthält drei Arten von 304 Edelstahlklingen, die sowohl Obst- als auch Gemüse schnell in 3 mm starke Spiralstränge, 6 mm dicke Scheiben oder Bänder schneiden können. Der Deckel ermöglicht nicht nur eine sichere Verwendung, sondern hält das zu schneidende Lebensmittel auch fest, ohne dass es mit der Hand aufgenommen werden muss. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 2. Das Produkt ist aus haltbarem Kunststoff gefertigt und hat eine sehr scharfe Klinge, mit der Sie spiralförmig schneiden können. Es schneidet Gemüse bequem und ermöglicht es Ihnen, alternative Gerichte zu kreieren und trotzdem gesunde Lebensmittel in Ihre Ernährung aufzunehmen. Es hat drei Tasten, mit denen Sie die Schnittart der Messer ändern können. Die Sicherheitsverriegelung gewährleistet einen vollständigen Handschutz. Es ist leicht zu reinigen und spülmaschinenfest. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 1. Dieses Modell kann Obst und Gemüse in unterschiedlich dicke Streifen schneiden, um Ihren Gerichten eine frische und kreative Note zu verleihen. Damit können Sie ganz einfach Gemüse und Obst schneiden und Salate, Desserts und Vorspeisen neu erfinden, ohne dass Sie ein Messer oder Schneidebrett benötigen. Enthält drei Kegel mit unterschiedlichen Klingen, mit denen Sie so viele Formen wie möglich erstellen können. Der Behälter, in dem das Gemüse gesammelt wird, hat ein Fassungsvermögen von einem halben Liter. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung.